Jo, hi Leute! Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute in diesem Video, weil ich ein bisschen Super Smash Bros Ultimate Online zuckern. Das ist keine Chance ge... Hat gewonnen. Oh. Ja moin. Ciao. Okay, okay. Okay. Yo. Yo. Yo, was passiert hier? Und... Bye-bye! Was? Ja, das ist ultra vorsichtig grad, das merkt man. Oh nein, wir tun! Na, wir haben keinen Kanal. Was erlebt? Was hat das überlebt? Ja, moin, okay. Ja, moin. Der wird so fett kassieren jetzt, krass. Ah, das war ein IQ von 10, doch. Ne, höher sogar. Wieso trifft hier fast nie jemand? Okay, jetzt hat er mich gezogen. Ah, ja, nein, nein! Wiii! 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 Wuuu! Jo, moin. Als ob ich diesen Kampf noch gewonnen habe. Sag mal bitte stehen. Hi, was geht? Hi. Willst du noch mal schlafen? Anscheinend schon, ja, moin. Willst du noch mal schlafen, oder so? Bro! Noch mal schlafen? So, Bokodar? Anscheinend schon, ja, moin. Ciao. Die heißt Sleepy Box. Dann bist du so oft schlafen gegangen, ja, moin. Hey, ich will dir was zeigen, okay? Und zwar das hier. Hi. Ich hab für das kurere Schwert als du. Junge, nur weil mein Schwert besser ist, muss ich mich nicht schlagen. Was soll das? Dann müssen wir in eine andere Richtung, in eine andere Richtung. Ja, moin. Hey, willst du doch mal einen Falken Punch haben, oder wie? Ja, moin. Was? Bye, bye. I win. Als ob das geklappt hat. WTF? Du kriegst sooo fett zurück, man. Junge, fett aus dem Big Mac. So fett kriegst du das zurück, man. Krass, wie du jetzt kassieren wirst. Moment, Moment, Moment. Ja, okay. Oh, 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 oh. Nein! Nein! Oh, bitte! Oh, 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 oh! Tidididid. Was?